Hallo und herzlich willkommen auf meinem Account Miss Nice Day. Mein Name ist Tanja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Grafikdesignerin, Illustratorin und Buchautorin, gebe leidenschaftlich gern Workshops und ich liebe Gouache. Das war auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, letztes Jahr im Sommer war es, ich starte eine 100 Day Nice Day Challenge in meinem pinken Skizzenbuch. Jo, was soll ich sagen? Es ging ein bisschen schief. Es waren 70 Tage lang, war es top und dann ging es rasant bergab. Aber seht selbst, ich nehme euch mit, ich gebe euch einen kleinen Einblick in mein dickes, fettes Skizzenbuch, das mir mittlerweile so aussieht und erzähle euch, wie es jetzt weitergeht mit den noch leeren Seiten. Man sieht sie hier. Viel Spaß beim Gucken! So, dann schauen wir uns unser Skizzenbuch, mein Skizzenbuch mal näher an. Es ist mittlerweile dick und fett, weil die Seiten sich wellen durch so viel Farbe und Wasser. Es hat ein paar Dellen, es hat ein paar Macken, es ist überall mitgereist, wo immer ich auch war. Es hat hinten einen schönen Sticker bekommen, der ist von Sura Hell und ja, die Seiten wellen sich und es wird immer fetter. Es hat mich nerven gekostet, das ist von Royal Talents. Und ich liebe und hasse es zugleich. Aber erst mal, was habe ich benutzt? Also ich habe mir als Challenge gesetzt, 100er-Gouache mit Gouache zu malen. Tada! Dafür brauche ich sehr viele Pinsel. Einen Kasten voller Gouache-Farben, die zwölf Standardfarben, die ich irgendwann mal aussuchen durfte. Und ja, Wasser, Muße, Liebe, Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen, nicht Durchsetzung, Durchhaltevermögen. Ja, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit. Aber gucken wir einfach mal rein. Ich habe einen kleinen Tick. Ich kann die erste Seite nie gemahlen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, die mache ich ganz zum Schluss. Ich habe Angst, dass ich es verkackt. Aber wie ist die Challenge eigentlich gestartet? Ich habe mir vorgenommen, ich möchte gerne ein Skizzenbuch führen. Ich möchte mehr Shorts und mehr Reels machen. Ich möchte mehr Gouache lernen und habe mir dafür ein paar Themen ausgesucht. Habe aber auch ganz schnell gemerkt, dass das Thema auf Instagram ganz gut ankommt und dass alle dieselben Ansichten haben. Also ich habe mir Themen gesucht, die ich in einer Stunde ungefähr schaffe und Themen, die ich sonst nicht male, weil ich selten vollflächig male. Und da ich so eine geile Follower-Schaft auf Instagram habe, haben alle gemeint, sie sind dabei. Und dann war das Stress schon mal groß. Welche Themen nehme ich denn? Also habe ich sie alle gefragt. Auf welche Themen habt ihr Bock und habt einfach mal Nachrichten gewonnen, auf was sie Bock haben wollen. Es kam alles. Von Avocados bis Affen, Drachen, Muscheln, Meer. Es kam eine ganz große Liste an Motiven, die alle unbedingt malen waren. Ich habe sie alle zusammengepackt. Ich habe sie aufgeschrieben. Ich habe sie gegliedert und habe dann alle mitgenommen. Wöchentlich gab es auf Instagram einmal das Motto, was wird die Woche bringen? Also 14 Wochen lang haben wir zusammen gemalt. Wir haben angefangen mit verschiedenen Motiven wie Boot, Papageien. Wir haben Vögelchen gemalt. Wir haben Lisseln gemalt. Pflanzen ist nämlich nicht so mein großes Steckenpferd. Da tue ich mich schwer. Also habe ich mir mal Pflanzen ausgesucht, die ich noch nie gemalt habe und die ich einfach gerne mal malen würde. Ich habe Päuschen Panther reingepackt. Ich habe Blätter reingepackt. Ich habe verschiedenste Techniken auch ausprobiert, um Reels und Shorts zu machen. Also deswegen für alle hier. Ich habe hier auf YouTube bei meinen Shorts zu jedem Motiv, das in diesem Skizzenbuch ist, auch einmal ein Short gemacht. Ich war auf Reisen. Es ist mit mir mitgewandert. Die Themen passen zu meinem Alltag. Was passiert ist? Sommerzeit. Natürlich sitzt man am Strand, am Meer, wo auch immer. Ich war in Leer und da habe ich allen davon erzählt, dass ich das mache. Und dann kam irgendwann die Inspiration von Joanna. Mal ein Eichhörnchen mit Hula Hoop. Why not? Ich habe teilweise versucht, Workshop-Motive auch mit ins Skizzenbuch zu packen, damit ich nicht einen Knoten im Kopf irgendwann bekomme und verschiedene Motivsuche. Deswegen hier die Puffins und ein paar Pflanzen dazu. Also dann habe ich versucht, die Seiten mal ein bisschen einheitlich zu machen, also einen grünen Cupcake. Ich habe dann auch mal versucht, zwei Themen auf eine Seite als ein Motiv zu machen, um ein bisschen zu mogeln und nicht jeden Tag zeichnen zu müssen. Dann hat mich der Ehrgeiz wieder gepackt und ich dachte mir, okay, nee, kannst du nicht machen. Jetzt wieder Gas geben, zusammenreißen. Und dann kam mein Lieblingsort am Ammersee, das ist das schöne Stegen. Es war Vollmondzeit. Also immer saisonale Themen, alles, was einen gerade so bewegt und was vor allem auch euch gerade so bewegt hat. Manche Seiten sind mittlerweile, es ist ein Skizzenbuch, ein bisschen schmutzig. Da hat die Seite von der anderen Seite natürlich durchgedrückt oder halt, es war noch nicht trocken. Dann gibt es natürlich Seiten wie diese hier, auf die ich absolut null stolz bin. Bei den Ballons fehlt was. Da habe ich so eine Animation im Rier gemacht. Dafür mache ich die wieder ganz gern, einmal Löwi-Pöwi und das Thema Dschungel, einmal zwei Themen auf einer Seite. Und wie ich schon gesagt habe, ich war natürlich nicht allein bei dieser Challenge. Es ist krass, ich habe die One Heart Nice Days als Hashtag auf Instagram, also wer mal schauen möchte. Es gibt über tausend Beiträge dazu. Ihr habt gemalt, ihr habt Ideen gehabt. Ihr habt noch nicht mal die Ideen gemacht, die ich gemacht habe, sondern zum Thema einfach mitgemalt. Und ich muss sagen, ich bin so stolz auf all meine Follower, weil es einfach geil war. Und dafür echt mal ein riesengroßes Dankeschön. Ihr seid da, Knaller. Danke, danke, danke. Vor allem auch danke fürs Mitfieber, fürs Themenfinden, fürs Inspirieren, fürs Motivieren. Es gab irgendwann die Zeit, da haben mich meine Follower, glaube ich, mehr motiviert durchzuhalten, als ich es selber geschafft habe. Naja, wir sind im Herbst angekommen. Das sieht man an den Motiven. Wir sind bei Fliegenpilzen, Kastanien. Wir sind, ich liebe den Herbst, es gibt so schöne Motive. Das Motiv ist entstanden bei einem Livestream. Da habe ich dann auch so ein bisschen gesagt, okay, dann male ich halt das Motiv im Livestream. Es gab Gemüse, es gab Drachen. Drachen fand ich lustig, da konnte man interpretieren. Spirelight, also habe ich beide drin. Es gab Halloween-Themen. Und was hier jetzt auffällt gleich, ihr werdet es sehen, hier sind wir bei Halloween. Da steht auch die Zahl drin, wo wir sind, bei welchem Tag. Und, schwuppdiwupp, wir sind ganz woanders. Wir sind bei Bären und Paprikern. Wir sind bei der 70 angekommen. Ja, ich habe hin und wieder, da war ich schon im Purzeln. Also hier kam schon der Purzeln-Modus. Ich kam nicht mehr mit. Es gab viele Projekte. Ich hatte währenddessen eine Buchphase. Ich hatte ein Weihnachtsbuch und das musste promotet werden. Ich hatte Bestellungen in meinem Shop. Ich hatte natürlich Arbeit. Es ist der Alltag, der auch mich dann packt und dann purzelt man. Und wenn man einmal anfängt zu purzeln, habe ich gelernt, dann zieht man es durch. Und ich habe es nicht geschafft. Es ist jetzt hier eine schöne See an Halloween-Motiven. Aber ich habe auch einfach zu jedem Tag in meinem Skizzenbuch ein Rühler-Line-Shot gedreht. Also ich wollte, ich habe die Challenge auch gemacht, um da einfach ein bisschen fitter zu werden, um mehr Technik zu lernen im Schnitt, in Vertonung, in Bildern und das Ganze ein bisschen mehr tricky und spannender zu machen. Da war gerade so dieser ganz große Hype auf Instagram, wo man viele Reels machen sollte und das würde was bringen und das wäre total toll. Und ich habe so viele gesehen und dachte mir, das muss ich üben. Und das war quasi mein Übungsprojekt. Ich wollte alles, was ich nicht kann, üben. Und das dauert natürlich, wenn man es nicht kann, purzelt man dann irgendwann. Und so eine Hexe zum Beispiel, die male ich halt nicht in der Stunde. Ich habe mich an ganz vielen Punkten ein bisschen zu sehr verbummelt, zu sehr verpriemelt, Sachen ausprobiert. Ich hatte unendlich viel Spaß, nur ich habe halt dann auch nicht so viel geschafft, wie ich haben wollte. Und ich glaube, in dem Modus war ich schon zwei Wochen hinterher. Deswegen kommen erst ein paar andere Motive, dann kommt Halloween und ich bin da schon in so eine Modus drin gewesen, schnell noch die Themen zusammenfassen und dann habe ich aufgegeben. Dann kam auch schon die Adventszeit und ich hatte einen Adventskalender mit Keiko von der Aloha Studios und dann war, glaube ich, das letzte Motiv, das ich tatsächlich noch gemalt hatte hinaus. Aber ihr seht, da ist ein Tiger. Da ist ein Tiger, der war nie irgendwo dabei und das ist eine Magnolia und da kommt ein Hase. Ich habe wieder Bock. Ich habe wieder Bock, regelmäßig zu malen. Ich habe wieder Bock, einfach Sachen auszuprobieren, wie meine superschönen Tulpen, die nicht superschön sind und mache es mir diesmal aber einfacher. Auf Patreon habe ich mich umorganisiert. Ich habe jetzt einen Patreon-Kanal, wo wir ganz viele Tiere malen. Jeden Monat haben wir einen Oberzimmer und ich werde acht Motive malen und diese acht Motive dürfen auch hier in mein Skizzenbuch. Diesen Monat haben wir Dog Challenge. Es gibt acht Motive, wo ich Step-by-Step mache und ich male dann eins der Motive noch in mein Skizzenbuch. Und da das heute eine Skizzenbuch-Tour ist und ich mein Skizzenbuch unbedingt voll bekommen möchte, das wäre so mein allererstes Skizzenbuch, das komplett voll wäre, nehme ich euch heute auch mit. Und wir malen das Wochen-Thema. Denn diese Woche steht in Nice Day Club an der Golden Retriever und der Biegel. Der Goldie ist schon drin. Ihr seht eben bald das Reel und dann geht es an den Biegel. Zuallererst, wie aber bei allem, was ich tue, brauche ich immer eine kleine Skizze. Außer ich male natürlich was Abstraktes, wie Blätter und Blüten und so. Da gibt es keine Skizze, aber bei Tieren sind mir Skizzen unglaublich wichtig und ohne die kriege ich es auch gar nicht hin. Meine Skizzen mache ich ganz gern mit wasservermalbaren Buntstiften. Dieser ist von Carandage und dann wird natürlich das Wichtigste erstmal angedeutet. Erstmal die Findung, wie sieht der Kopf aus? Der Biegel soll heute so ein kleiner, knautschiger, schlafender Biegel werden. Und dann, wenn die Skizze steht, geht es auch an die Farben. Viele Farben brauche ich heute nicht. Ich arbeite auf meiner Gouache-Palette, die ist querbeetbunt. Und ich arbeite mit drei, vier Farben eigentlich. Schwarz-Weiß, dunkelbraun und hellbraun. Also fange ich erstmal an, die Schatten zu suchen. Färbe die Stellen, werde später noch hellere Töne dazugeben und erst später alles verblenden. Der Kopf steht dann, soweit es geht, dann geht es ein bisschen an die Schattierungen von Nase und Schnute. Und so ganz langsam, ganz, ganz langsam kann man erkennen, wo die Reise hingeht. Also wir haben die zwei Pfoten, die nach vorne tragen. Das Köpfchen ist im Vordergrund, man sieht es. Hier kommen noch so ein paar Pfoten hin. Schon mal die ersten Tatzen leicht andeuten. Die einzelnen Zehen, erste Schatten. Und man sieht einfach jetzt schon, man sieht die Striche von dem vorgemalten Stift einfach nicht. Ich mag den Style. Ich habe eh am allerliebsten, wenn man bei mir die Skizze noch ein bisschen mit durchsieht. Ich möchte nicht perfekt arbeiten. Mir geht es einfach darum, dass man sieht, dass es gemalt ist in meinem Skizzenbuch. Das darf so sein. Und das ist auch in meinem ganzen Guide zu einem Buch ganz oft erkennbar. Denn ich komme aus dem Grafikdesign. Also ich habe Grafikdesign studiert, Kommunikationsdesign. Und ich weiß, wie viel man perfekt machen kann. Man kann ganz viel machen, man kann ganz viel perfekt machen. Und ich liebe mittlerweile das Sketchige, das Gemalte, das Lockere, das Unperfekte. Und deswegen darf das auch alles da sein. So, ein bisschen schwer habe ich mich getan mit den Augen. Das war schon sehr knutschig. Ich habe mir natürlich für den Beagle, ich kann keinen Beagle aus dem Kopf malen, der total knutschig irgendwo liegt. Ich habe mir dafür irgendwo eine Fotovorlage gesucht. Die hatte ich, glaube ich, bei entweder Freepig gefunden oder bei Adobe Stock. Weiß ich nicht mehr. Aber da hatte ich mir eine Vorlage irgendwann mal gescreenshottet. Und den dann quasi anfangs abgemalt. Jetzt schaue ich immer nur so halbwegs mal drauf. So, mit Weiß kann dann oben die Schatten drauf. Dafür liebe ich ja Gouache. Schicht für Schicht. Man kann immer nichts kaputt machen. Man kann überall nochmal drüber malen. Was ich sagen muss, ich habe ganz am Anfang mit diesem Skizzenbuch, das hat extrem glatte Seiten und sehr dünne Seiten. Also hier ist immer, glaube ich, müsste ich jetzt lügen oder googeln. Ich habe das Buch jetzt schon seit über einem Jahr, glaube ich. Hat, glaube ich, 90 oder 110 Gramm die Seiten. Und sie haben einen leichten Gelbstich und sie sind sehr glatt. Also eigentlich nicht so wirklich geeignet zu malen. Dadurch, dass ich jetzt aber schon 120 Motive in dieses Buch gemalt habe, stört es mich mittlerweile nicht mehr. Am Anfang habe ich es super schwer getan. Die Farben trocknen ganz anders aus als auf Aquarellpapier viel später. Sie lösen sich sehr viel schneller, da sie nicht ins Papier so wirklich einbringen. Mir fällt jetzt auf, wie easy peasy ich mittlerweile drauf male. Erstens habe ich meinen Malstil leicht verändert. Ich male ein bisschen lockerer mittlerweile. Mir ist es nicht mehr so ganz so wichtig, ob die ersten Stiche zählen. Es sieht jetzt schon noch alles sehr, sehr verwaschen aus. Sehr, sehr loose. Sehr, sehr schnell. Aber ich mag das gerade. Gerade das macht mir gerade super Spaß. Und wenn ich merke, dass ich irgendwo gar nicht klarkomme, nehme ich einfach Materialien mir noch zur Hand. Wie zum Beispiel, ich glaube bei irgendeinem Motiv. Ach, mit der Magnolia habe ich, glaube ich, von der Leinwand rosa übrig gehabt und habe den kompletten Hintergrund mit Acryl gemalt. War mir dann egal. Und dann mit Boische da oben drauf. Also ich bin da zu mir selbst auch nicht mehr so streng. Ich bin auch zu mir selbst lockerer. Und seitdem ich das so jetzt Hand habe, komme ich echt gut klar und ich habe wieder mega viel Spaß täglich ein Reel zu machen, täglich ein Short zu machen. Die Videos aufzunehmen. Und ich freue mich schon immer drauf, wenn ich das Skizzenbuch sehe und mir denke, geil, kannst du dir wieder ein Motiv machen. Noch schnell irgendwas abarbeiten, dann kannst du dir wieder ein Motiv machen. Juhu! Und das ist eigentlich das Gute, dass ich vorher die 100 Nice Days so ein bisschen abgebrochen habe. Ich habe auslaufen lassen, still und heimlich. Ich habe allen noch die Themen gesagt und habe meine nicht mehr gepostet, weil ich sie einfach auch nie fertig gemacht habe. Sorry dafür, Leute. Aber dafür haben wir heute einen Beagle fertig. Einen Goldie und einen Beagle. Wieder zwei Seiten mehr und es sind noch so viele Seiten in meinem Skizzenbuch übrig. Hier habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Dala Pferd. Ich glaube für einen Livestream habe ich es mal benutzt. Und sonst ist wirklich bis auf eins. Ich habe mir von jemandem, den ich sehr gern habe und der was ganz anderes macht als ich. Also es ist Juro. Ihr findet ihr das Juro. Der macht Glattering Art und der hat mir in Lea, in das Skizzenbuch, die letzte Seite beschriftet. Es war für mich so, danke, danke, schreib du was auf die letzte Seite, dann weiß ich, wenn ich deins sehe, bin ich fertig. Dann ist mein Skizzenbuch voll. Und da freue ich mich tierisch auf, mal ein Skizzenbuch zu haben, ist komplett von vorn bis hinten vor das. Das war meine Geschichte zu den 100 Nice Days und wie es weitergeht mit meinem Buch. Mich mitzulisieren, habt ihr Lieblingsmotive, meins ist der Papagei eindeutig. Und das war's. Das war's, das war's. Ich werde weitermahlen, ich werde fleißig weitermahlen. Ich würde auch jederzeit so eine Challenge neu starten. Ich glaube, ich würde sie diesmal entspannter sehen. Vielleicht fange ich einfach einen Monat früher an, damit ich mit allen super motivierten Followern auf Instagram mithalten kann. Denn ich habe es ja nicht, es ist nicht gescheitert, weil ich keinen Bock hatte. Es ist einfach nur gescheitert, weil ich entsprochen kam. Weil es halt einfach im Leben Tage gibt, wo man nicht malen kann. Und deswegen sage ich es auch ganz ehrlich und so offen, macht euch nicht zu viel Stress, malen und kreativ sein. Es ist ein Hobby, ihr tut es für euch. Und bleibt locker mit allem, was ihr tut. Bleibt auf alle Fälle kreativ. Und nochmal ein mega, riesengroßes Danke vor allem an meine ganze Instagram-Community, die mich so unterstützt haben. Ich habe sie auch gestern alle gefragt, ob ich die Bilder verwenden kann. Und alle haben sofort gesagt, oh ja, macht doch, macht doch, macht doch. Und sich entschuldigt, dass sie es auch nicht geschafft haben. Ladies and Gentlemen, ich habe es auch nicht geschafft. Und das ist völlig okay. Wir haben tolle Motive gezaubert und wir hatten eine mega geile Zeit. Und ich bin so stolz auf ein so mega fettes Buch. Und jetzt freue ich mich auf die ganzen Patreon-Motive in meinem Skizzenbuch und hoffe, dass es bis Weihnachten voll ist. Hoffe ich ganz schwer. Vielleicht schaffe ich es ja bis dahin. Dann habe ich eineinhalb Jahre an einem Skizzenbuch bearbeitet. Ich finde, das ist ein tolles Timing. So, bis dahin wünsche ich euch ein mega schönes Wochenende. Wer mir noch nicht folgt, es gibt jeden Freitag ein neues Video. Es gibt regelmäßig Shorts aus meinem Skizzenbuch. Also von dem her einmal abonnieren drücken. Ansonsten Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hinterlässt. Passt auf euch auf, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal.